Wer schafft es heute, die kürzeste Antwort zu schreiben? Uns werden Fragen gestellt und wem zuerst der eine Stack Sand ausgeht, der hat verloren. Los geht's! Ey Casper, ich seh dich dahinter, komm mal her, ich muss dir was zeigen. Was hast du denn? Zeig mal, hallo! Ey, das Ding ist, ich hab was richtig Krasses entdeckt und zwar... Oh! Komm mit, komm mit, komm mit und zwar, hab ich hier was entdeckt und das Ding ist, wir müssen da gehört anscheinend, ey, unser Gehirn einschalten, ne? Mein Gott, ey, unser Gehirn einschalten, da bin ich ja ein Profi drin. So, hier steht nämlich, guck mal, erstmal steht hier heiß, ne? Das ist wohl anscheinend ganz, ganz heiß. Aber ja, oh Gott, hier noch gut. Dann steht hier noch so, passt auf und fall nicht und sowas, ne? Hä, da drüben ist noch ein Schild, siehst du das? Wieso steht da? Was steht denn da drüben? Ey, Brox ist blöd, ey! Hä, wie, was? Ey! Ey, was soll das denn? Ja! Mann! Nie wieder sagst du das. So, okay, 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 pass auf, das steht mir nicht. Wer wird das Battle gewinnen? Die kürzeste Antwort gewinnt. Okay, die kürzeste Antwort... Man kann die Kiste noch nicht aufmachen. Guck mal, die ist blockiert. Stimmt, 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 stimmt. Den Schlüssel kriegt der Gewinner am Ende, lol! Das Ding ist, wenn die Kiste jetzt schon einen Diamantschlüssel vorhat, dann bin ich gar nicht wissendig. Was da drin ist, ne? Oh mein Gott, locker Diamanten oder sowas, oder? Okay, wir sind jetzt auf unseren Plätzen in drei, zwei, eins, go! Okay, okay! Nicht schlecht, in Ordnung, ja? Geben wir direkt raus, wir müssen unsere Antwort in den Chat schreiben und denkt dran, je kürzer das wird besser, man hat immer nur so 10 Sekunden Zeit, mehr nicht. Und die erste Frage ist, nenne ein Schulfach in der Schule. Oh mein Gott, äh, ist das das kürzeste? Darf man eine Abkürzung nehmen oder muss man das ausschreiben? Nein, du musst es schon ausschreiben. Okay, ich hab eins. Okay! Oh! Aber ich seh ja, was du im Chat geschrieben hast, das seh ich, ja? Ja stimmt, ich seh auch was du geschrieben hast. Okay, fünf Buchstaben, das heißt jetzt können wir fünf Blöcke hoch, oder was? Äh, ja, jetzt müssen wir fünf Blöcke nach oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, wir sind gleich oben dran, ne? Okay, 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 ja, ich bin gespannt. Okay, noch, Alter, das Ding ist, wer nachher zu Dings hat, ne? Die Lava, die wird dich nachher holen. Ich sag's ihm, wie es ist, Kaspar. Keine Sorge, die wird dich holen. Die wird dich holen, die wird dich holen, okay. Du wirst ganz weit unten sein. Okay, komm, nächste Frage. Wir haben noch die nächste Frage. Und zwar, nenne ein Spielzeug. Oh mein Gott. Ein Spielzeug? Oh mein Gott, okay. Am besten noch nicht reinschreiben in den Chat, wir machen am Ende 3, 2, 1. Ich überleg jetzt gerade, Leute. Okay, warte, warte, ich überleg auch noch. Oh mein Gott, ein Spielzeug. Hab ich hier irgendwas rumliegen? Was ist ein Spielzeug? Ich hab was Gutes. Okay. Okay, ich hab auch was Gutes. Die Zeit läuft ab. 3, 2, 1, go! Ja, und? Oh! Flumi und Teddy. Okay. Warte mal, ich hab mehr Buchstaben als du. Stimmt! Du hast einen mehr! Ja! Und ich hab 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja! Ey, was? Du kommst höher als ich. Juhu! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Sehr gut. Okay, okay. Das ist natürlich echt ein bisschen blöd gerade, ne? Oh yes! Ich bin gespannt. Was ist die nächste Frage? Die nächste Frage ist, nenne ein Land. Oh mein Gott. Ein Land? Ein Land. Okay. Ähm. Ich muss jetzt überlegen. Ähm. Okay. Oh, ich hab was. Ich hab was. Ich hab was. Okay. Drei, zwei, eins, go! Oh! Ja! Was? Oh mein Gott, Bruder, wie bist du da nicht drauf gekommen? Oha! Okay. Alter, der andere Gott unterwegs. Drei, Mann. Okay, okay, okay. Brauch dich mal schön hoch da drüben. Polen, na toll. 1, 2, 3, 4, 5. Polen. Boah, ich seh dich da oben ja gefühlt gar nicht mehr. Ey, was? Das ist echt unfair, ne? Okay, okay. USA. Ja, Bro, logisch. Okay. Okay, okay, okay. Ich würd sagen, wir gehen rein in die nächste Frage. Okay. Nächste Frage, ja. Und zwar, nenne eine Farbe. Oh mein Gott. Okay. Wär das, wär das mehr als... Oh, ich hab, okay. Drei, zwei, eins. Okay. Was hattest du vorher? Nee. Du hast geschummelt, Bro! Ich hab nicht geschummelt. Ich hab nicht geschummelt. Was hattest du vorher? Sag jetzt! Ich hatte lila, aber jetzt hab ich rot. Du hattest. Eins, zwei, drei. Als wenn du lila... Ich hab noch Tipp gegeben. Oh mein Gott. Du hast zu früh reingeschrieben, ne? Das ist halt das... Nein! Meine Eigenschuld. Deswegen hab ich gesagt, lass uns auf ein Buch machen. Aber du wolltest es gleich im Chat machen. Ja mein Gott, ey. Okay, okay, okay. Weiter geht's, weiter geht's. Okay, es geht weiter. Und zwar die nächste Frage ist... Nenne ein Tier im Zoo. Oh mein Gott. Okay. Okay. Ich hab schon direkt zwei Sachen. Fragen mit einem. Ja, gibt's noch was... Ah, gibt's noch was kürzeres? Ich glaube nicht. Okay. Drei, zwei, eins. Go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hatte die ganze Zeit Löwe, Bro. Da hab in der letzten Sekunde noch Bär geändert. Okay. Eins, zwei, drei. Alter, ich schlag mich ja übergut. Hey, du musst halt nur eine Antwort haben, die zu lang ist, ne? Eine einzige. Glaub mir, Kollege. Glaub mir, Kollege. Wird nicht kommen. Wird einfach nicht kommen. Okay, okay, okay. Komm, nächste Frage. Also. Als nächste, nächste Frage. Ja? Nenne eine Sportart. Oh mein Gott. Oh. Okay. Wow. Ich hab direkt was. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Go. Was? Bro, She. Drei Buchstaben. Alter, ich hab Golf genommen. Ich hatte zuerst Tennis. Eins. Eins, zwei, drei, vier. Alter. Vier. Okay. Also ich würd sagen, dein Stack ist zuerst aufgebraucht als meins, ne? Alter, mein Stack, ne? Der wird sich auf jeden Fall gleich sowas von unten auflösen. Ey. Ohne Spaß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ich muss mich auf jeden Fall jetzt zusammenreißen. Jetzt haben wir direkt die nächste Frage. Und zwar. Nenne etwas zu essen. Also wer da mehr als, ich sag's nicht, aber Buchstaben hat, der ist wirklich lost. Bist du bereit? Äh. Ja, ich bin bereit. Vier. Drei. Ah. Bro. Ein Ei. Oh mein Gott. Ja, nochmal ein Ei. Ich sag dir, ich werde dich bei den längsten an Bord meldlich schlagen. Ja, wahrscheinlich. Ja, auf keinsten. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Oh mein Gott. Einfach auf Brot geschieben. Guck wie weit oben du bist. Ich wollte so Tee, aber das kann man ja trinken. Guck mal, ich seh schon fast die ganze Welt. Ich seh sie schon. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Okay, okay, warte. Und zwar. Ein Traumberuf, den man damals werden wollte. Äh. Das kürzer ist als das? Oh mein Gott. Ich weiß, welches du nimmst. Ich weiß, bevor du es reinschreibst, ich weiß, welches Wort du nimmst. Du weißt, welches Wort ich nehme? Ja, ja. Einer Prozent. Einer Prozent. Okay, okay. Oh, ich find, aber leider. Ist das das Beste? Schreib mal in die Kommentare. Gibt's noch bessere Wörter dafür? Oh mein Gott. Ich muss auch gerade überlegen, Leute. Ey, mir fällt das nicht ein. Okay, fünf, vier, drei, zwei, eins. Oh. Oh. Spieler? Was meinst du denn damit? Ja, entweder Fußballspieler, Dartspieler. Ja, Bruder. Das heißt Nationalspieler. Und das weiß man auch. Nationalspieler. Oder Profifußballer. Okay, okay. Ja gut, Pilot. Also, Bruder. Du dachtest, ich nehme Pilot, oder was? Okay, warte mal. Nee, ich dachte, du bist Polizei. Spieler sind eins, zwei, äh, sieben, Alter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dein Stack ist ja gleich schon weg, oder nicht? Sechs, sieben. Hier ist klar, wer das Stack zuerst aufgebaut hat, verloren. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay, okay, okay. Okay, und jetzt muss ich... Na gut, komm, nächste Frage. ... eine Kinderserie nennen. Oh. Oh mein Gott. Das hab ich. Da hab ich gewinnig. Da gewinnig. Warte mal. Oh mein Gott. Okay, ich hab was. Drei. Zwei. Snoopy, ne? Go. Und senden. Sam. Bro, das heißt nicht Sam. Das heißt nicht Sam. Das heißt Sam. Das heißt Feuerwehrmann Sam. Das ist aber Sam. Das heißt... Ja, Bro, das ist genauso, als würde ich sagen... Das heißt auch nicht Barney. Das heißt nicht Barney. Die Serie hieß nicht Barney. Die Serie hieß nicht Barney. Wie hieß die denn? Hm. So, bist du nur neidisch auf meinen. Dann sagen wir doch dann, wie die hieß. Die hieß nicht Barney, die hieß noch mehr. Okay, okay. Wenn du so spielst, weißt du... Das ist so wie bei... Eins, zwei, drei. Ja, ja. Als Strafen hast du noch ein mehr. Noch ein mehr, dann ist gut. Nächster. Das war Sam. Alles gut. Ich merk mir das. Leute, der hieß... Der hieß nicht. Ja, so hieß das nicht. Das hieß Feuerwehrmann Sam. Ist der Name dieser Serie. Und Barney heißt Barney. Okay. Okay, okay, okay. Also. Und zwar. Die nächste Frage. Wie du da tanzt? Ja mein Gott. Ich warte dir schon 10 Jahre. Guck, ich esse hier Popcorn. Ich esse hier Popcorn. Oh, lecker. Unglaublich. Und zwar ist die nächste Frage. Ja, sag mal. Nenne mir ein Softgetränk. Oh. Ein Softgetränk? Also, Bruder. Was sind das denn für Fragen? Okay. Was sind das für Fragen? Okay, okay. Ja, dann stell du doch gleich die nächsten. Okay. Ja, die nächste Frage stell ich gleich. Okay, ich hab was. Drei, zwei, eins. Go. Ja, okay. Ja, das war klar. Das war klar. Gibt auch nichts kürzeres, glaube ich. Oder gibt es das kürzeres? Nee, nee. Cola? Pepsi? Nee, auch nicht. Okay. Ich stell mal die nächste Frage. Okay. Schreibe einen Brotaufstrich. Okay. Ein Brotaufstrich. Okay. Ah, da ist mir nämlich schon was in den Sinn gekommen. Das könnte funktionieren. Ein Brotaufstrich. Ja, guck mal, wenn dir schon was in den Sinn gekommen ist. Ja, Bro, nein. Nein, nein, nein. So meinte ich das nicht. So meinte ich das nicht. Ja. Ja, was? So ein Ding ist das jetzt alles. Also Brotaufstrich, damit meine ich zum Beispiel auch Wurst oder sowas. Oder auch eine Avocado ist auch ein Wurst. Ja, okay, ja. Alles gut. Alles gut. Okay. Ja. Drei, zwei, eins. Go. Was für Brotaufstrich? Das ist doch kein Ei. Digga, normal. Ein Ei. Auf Brot. Das ist doch kein Aufstrich. Das ist doch kein Aufstrich. Deswegen hab ich doch gesagt Avocado. Das reicht doch nicht Ei auf. Natürlich, du machst ein Ei drauf. Aber Ei doch nicht. Ei kannst du genauso. Ei streit man durch und legt drauf. Was ist mit Rührei? Hä? Das ist doch auch kein Aufstrich. Weißt du das ein Aufstrich ist? Das hilft nicht. Also für mich ist ein Ei. Ja gut. Neue Frage. Neue Frage. Neue Frage. Weißt du, da stellst du dich gleich an. Das war ja klar. Die Frage lieber von dem Bot. Bevor du jetzt hier wieder mit irgendwelchen komischen. Guck mal, weil das hast du im Kopf gehabt. Ich hab ne Frage schon bereit. Ich hab ne Frage schon bereit. Okay, dann sag, dann sag. Nenne eine Nussart. Okay. Okay. Aber du musst nicht ausschreiben. Also wenn du zum Beispiel Haselnuss, musst du Nussen hinten nicht schreiben. Okay. Ja gut. Ja, ja. Ich bin fertig. Wieso? Ich bin fertig. Drei, zwei, eins. Go. Ballnuss. Nein. Oh mein Gott. Das stimmt. Bro, wie konnte mir das nicht einfallen gerade? Stell du die Frage bitte wieder. Eins, zwei, drei. Nein. Okay. Oh, du kommst ganz schnell näher, muss ich sagen. Ah nicht. Du bist immer noch viel höher als ich. Komm, stell du die Frage. Okay. Und zwar nenn mir ein Brettspiel. Okay. Oh mein Gott. Da muss ich komplett ausschreiben. Bro, da gibt's aber safe mega viele, die man, ja. Okay. Ein Brettspiel. Okay, ich hab was. Drei, zwei, eins. Go. Ah. Sechs Buchstaben. Drei, vier, fünf, sechs. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Na, wie viele Blöcke hast du noch? Noch zehn. Noch zehn. Okay, alles gut. Okay, okay, okay. Alles doch im Lot, alles noch im Lot. Okay. In Ordnung, in Ordnung. Nächste Frage. Und zwar nenn mir eine Sprache. Oh. Oh mein Gott. Okay. Ah, Bruder, schwierig. Ja. Ist das so einfach? Schwierig. Okay, ich hab was. Drei. Hast du gegoogelt? Nein, hast du gegoogelt. Drei, zwei, eins. Go. Ja. Thai? Was soll das für eine Sprache sein? Ja. Nein, das heißt thailändisch. Das heißt thailändisch. Google doch mal ruhig. Google doch mal. Heißt auch chinesisch nicht mehr China. Chinesisch, sondern China. Merkst du selber, oder was? Wahrscheinlich heißt es auch Thailand. Junge, deine schlechte... Das ist ja so fake hier, Alter. Das ist Thai. Ich spreche Thai. Was denn? Du sprichst Thai. Du sprichst nicht thailändisch. Ich spreche Thai. Ich spreche jetzt auch Gea und nicht mehr Deutsch. Was für Gea? Das ist ja so fake hier. Hä? Weißt du nicht was Thai ist? Ist dein Ernst gerade? Thailändisch. Das ist die Abkürzung für thailändisch. Thai. Das kann man nicht sagen. Das kann man sagen. Nenne mir ein Musikinstrument. Okay. 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 Ich hab was. Drei. Zwei. Eins. Go. Oh. Ja. Wichtig. Aber gut. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Das wird langsam knapp bei dir da oben. Was ist denn eins? Vier Buchstaben hast du nämlich nur noch. Oder drei sogar nur noch. Okay. 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 Stell mal die nächste Frage. Und zwar. Die nächste Frage ist. Nenne mir einen Schauspieler. Was ist das für eine Frage? Tja. Dann bin ich mal gespannt was du da jetzt hast. Wenn das jetzt nicht zählt von mir. Dann hast du Pech gehabt. Okay. Drei. Zwei. Go. Till. Das ist ein Witz. Wem meintest du denn mit Ai? Wer soll das sein? Ich hab nur noch ein. Einen. Ja. Komm. Alter. Spring runter. Du hast verloren. Das war viel zu lang die Antworten. Spring runter. Du hast die erste Runde verloren. Ja. Selbst schuld. Ja. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Gewonnen. Alles klar. Dann stellen wir die Fragen wieder. Okay. Frage Nummer eins. Was ist das größte Tier der Welt? Also generell. Muss einfach ein großes Tier sagen. Okay. Okay. Ja. Drei. Zwei. Eins. Kommt mal rein. Ja. Das war ja klar. Die Frage war ja richtig schlecht. Okay. Eins. Zwei. Drei. Ich stell mal direkt die nächste Frage. Hä? Warum machst du denn? Hast du vier Wirken oder drei? Drei. Drei. Wahl oder nicht? Okay. Ja. Ist gut. Wir sind gleich hoch. Ja. Was feiert man nur einmal im Jahr? Oh. Oh mein Gott. Okay. Okay. Da muss man ein bisschen nachdenken. Okay. Hat das schon was? Mach mal. Ja. Okay. Ich hab was. Drei. Zwei. Eins. Go. Okay. Okay. Krasser Start bisher. Beide gleich auf. Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Okay. Wir sind gleich auf. Ja. Nenne einen Neffen von Donald Duck. Oh. Okay. Okay. Hm. Wie hießen die nochmal? Ja okay. Ich hab's. Drei. Zwei. Eins. Go. Oh. Der hieß nämlich Tick nicht Trick. Der hieß Tick. Der hieß Tick. 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 Trick und Tick. Ja aber nicht mit T. Nicht so wie der Trick geschrieben. Sondern T I C K. Du hast fünf Buchstaben Bro. Du hast fünf Buchstaben. Ne aber anscheinend hieß wie anders. Also dann ist alles entspannt. Ja fünf Buchstaben. Alles in Ordnung. Alles gut. Okay. Wieso vier? Ja ja. Du hast doch falsch geschrieben. Wieso wenn er Tick heißt? Digga du hast es falsch geschrieben. Siehst du nicht welches Wort du da grad genommen hast? Du hast grad fünf Buchstaben benutzt. Okay. Ich hab einen höher gemacht. Ja dann stell weitere Fragen. Die vielleicht bisschen besser sind. Los jetzt. Audio Fragen. Ja ist ja gut. Nenne eine Schlange. Anaconda. Was kann man da nehmen? Natter. Okay. Ja ich hab's. Ich hab's. Drei. Zwei. Eins. Go. Ja das war ja klar. Ja das war ja klar. Mein Gott. Komisch dass du so komische Fragen stellst. Wo man immer dieselbe Antwort drauf hat. Ja was? Das sind halt gute Fragen. Und wir sind halt beide auch gute Spieler. Ist ja so. Bin ich jetzt zwei höher als du? Ja anscheinend. Kann gar nicht sein. Das wird hier nicht gemacht. Natürlich. Hinter und wieder. Hinter und wieder. Du musst noch einen machen. Du musst noch einen machen. Ich muss. Ich hab Cobra gerade. Wie viele Buchstaben sind das? Ah ok ich hab eins zu wenig. Ja siehste nämlich. Alles gut. Erstmal doofe Fragen stellen und dann nicht mal richtig zählen können. Ja tut mir leid. Ja tut mir leid. Weiter geht's nächste Frage. Nenne ein Haustier. Oh. Oh ein Haustier. Okay. Was ist denn jetzt ein kurzes Haustier? Ja es gibt eigentlich glaube ich nichts kürzeres als das. Er hat fünf Buchstaben. Okay. Let's go. Drei. Zwei. Eins. Go. Oh. Hund. Ja. Du hast recht. Hä? Du hast viel später geschrieben. Hä? Ich hab genau. Aber das kam nicht an Bro. Hä? Du hast gerade einfach umgeschrieben. Ich hab eine Sekunde später. Du hast umgeschrieben. Du hattest Katze oder so. Hatte ich gar nicht. Du hattest Katze. Der macht dir jetzt einen mehr. Ich hatte keine Katze. Frechheit ist das. Mach dir einen mehr jetzt. Los. Mach dir einen mehr. Hast du nicht gesehen, dass ich Hund hatte? Mach dir einen mehr. Was steht im Chat? Steht Katze im Chat. Wurde schreiben mit 3, 2, 1. Wenn du dann auf einmal verlangen brauchst. Jaja. Okay. Na gut. Wenn du so genau hinguckst. Wenn du so genau hinguckst. Dann guck ich auch bei dir genau hin. Das sind beide, dass du Katze hattest. Nenn mir eine Sache, die du in einer Federtasche findest. Ah. Oh. Okay. Hä? Radiergummi. Wieso lachst du so? Was nimmst du da? Ich hab okay. Drei. Bist du ready? Drei. Zwei. Eins. Go. Ja. Okay. Okay. Eins. Zwei. Drei. Fünf. Und fünf. Okay. Nenne eine Baumart. Oh. Okay. Da werde ich dich ausstanzen. Baumart, Alter. Da werde ich dich ausstanzen. Natürlich, weil es doch deine Frage ist und du dich mit Baum und Bäumen interessierst. Wieso? Wieso? Also wahrscheinlich. So interessiert mich für Bäume jetzt auch nicht. Okay. Drei. Zwei. Eins. Go. Ich hab Fichte. Ja. Ah. Meinst du es? Ja. Ein mehr. Ein mehr. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Aber bisher noch ziemlich gleich auf, ne? Ja. Ich weiß es noch. Gleich auf jeden Fall. Nenn mir eine Sache, wo man viel Geld für ausgeben kann. Äh. Okay. Ja. So. Oh. Jetzt ist das Kürzeste. Ähm. Ich überleg gerade. Okay. Ich bin bereit. Ja. Okay. Du auch? Ja. Bist du ready? Drei. Zwei. Eins. Go. Und go. Essen? Essen? Oh nein. Du hast recht. Hä Bro. Es gibt so viel und du müsst essen. Auto. Vier Buchstaben. Ja. Stimmt. Ich hab halt. Ich dachte du meintest ne Gruppe mäßig. Weißt du so. Ja. Keine Ahnung. Also echt. Okay. Fünf Buchstaben. Eins. Zwei. Drei. Oh. Oh. Jetzt bin ich ein über dir. Oh. Nein. Nenne eine Sportart. Eine Sportart. Okay. Hatten wir schon. Aber kriegen wir hin. Ja. Dann darfst du dich für nicht dasselbe Wort nutzen. Ich auch nicht mehr dasselbe Wort. Okay. 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 Bin ready. Ja. Ich auch. Drei. Zwei. Eins. Und wir haben dasselbe. Drei. Zwei. Und. Nein. Hockey. Was. So sieht es also aus wenn du keine Ahnung hast. Was du. Wenn du noch nicht überlegt hast. Was für keine Ahnung Bro. Ist das überhaupt eine offizielle Sportart. Na klar Bro. Na klar. Was macht man da in Sport. Da bin ich aus der Puste wenn ich so ne Pfeile schmeiß. Hä. Ich bin komplett kaputt danach. Ja natürlich. Weißt du wie hoch konzentriert du da sein musst in der Weltmeisterschaft. Also echt. Das ist ja so als würdest du sagen schwachste Sportart. Ich hör dich von oben nicht. Ruhe. Okay. Komm stell lieber mal deine Frage. Stell lieber mal deine Frage. Okay. Nenn mir eine Art von Obst. Oh. Das ist ja einfach. Das ist ja einfach. Komm. Alles klar. Eine Art von Obst. Okay. Ich bin ready. Drei. Zwei. Eins. Go. Ja. Okay. Eins. Zwei. Ein Gemüse. Okay. Okay. Dann. Ich bin ready. Du auch. Warte noch nicht. Aha. Aha. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Ich hab was. Ich hab was. Du googelst doch die ganze Zeit. Ich hör das wie du tippst oder so. Ich hab nicht getippt. Okay. Drei. Warte. Ich schwören, ich schwöre hin, ich schwöre hin. Zwei. Eins. Go. Oh. Ja. Wichtig. Wichtig. Sprisör. Zwei mehr als du. Oh mein Gott. Drei, vier, fünf, sechs. Ja, wir sind gleich auf. Oh mein Gott, was? Okay, okay. Jetzt, wer das kürzere Wort schreibt, gewinnt. Okay, okay, dann stell du die Frage. Stell die Frage. Nenne mir ein Einkaufsladen. Ein Einkaufsladen. Oh Gott. Ich hab da ein... Okay, ich hab was. Drei, zwei, eins. So. Ey. Nein. Nein, was? Gleich auf. Ein, zwei, drei, vier. Ich hab keine Blöcke mehr. Es ist gleich auf. Oh mein Gott, was? Und deswegen hab ich gewonnen, weil ich die davor auch schon gewonnen habe. Stimmt, du hast recht. Du musst springen. Du musst springen. Los. Jetzt bin ich mal gespannt, was in der Boxsteam sein wird. Ich springe nicht, springe mich doch dazu. Ey, was hast du da unten jetzt vor? Hör auf damit. Du kommst da oben jetzt runter, Kollege. Was machst du da unten? Boom. Fackel platziert. Nein. Ja. Das war's mit dir. Nein. Das war's mit dir. Ja. Wow. Ah. Hä? Jawoll. Sehr gut. Guck mal, jetzt hab ich den Schlüssel. Und was hast du drin? Ich mach auf. Wow. Was? Du hast extrem gut aufgemacht. Hä? Ja, guck mal hier. 27 Diamanten. Los. Ey. Hör auf. Hör auf. Hör auf, gib her, du vier. Ich wollte die nur zum zeigen geben. Die sind schon alle weg. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Pass auf, wir machen das so. Wir machen nächstes Mal noch ein Battle, aber wer die längste Antwort machen kann auf der Welt. Ja, bleib hier. Auf drei, Leute, bis zum nächsten Mal. Bleib hier. Ja, es soll sich wieder an, Freunde, wenn ihr da vorne mehr sehen möchtet, lasst uns auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt uns auf jeden Fall hier das Video aus. Und wenn ihr nochmal eine Folge sehen wollt, wird der längste Antwort, dann wisst ihr, was du tun hast. Bis morgen. Ciao, ciao.